Herzlich Willkommen zu einem neuen weiteren Test-Video bei PyroShock und zwar heute jetzt mal um die Blackbox Test-Serie abzuschließen, der Feuerkegel Nummer 2. Damit hätten wir dann alle drei Blackbox T1 Produkte, sprich die Feuersäule, Feuerkegel Nummer 1 und Feuerkegel Nummer 2. Der Feuerkegel Nummer 2 ist wie der Nummer 1 eine Vulkanfontäne in Silber, aber diesmal mit roter Leuchtbasis, nicht mit blauer. Hat eine NEM von 39,8 Gramm, der hat ein bisschen mehr als der Nummer 1, über 50 Sekunden Brenndauer, Herstellung 2012 wieder und ansonsten T1 Produkt eben. Wir werden sehen. Dann recordieren wir die Hellbein-Mera49, das ist also schon mal wird. Jetzt kommt ein bisschen Travel-Mera-Innen in Silber-Innen in Silber-Innen in Silber-Innen in Silber-Innen. Wir werden dann wieder Filzeil-Innen in Silber-Innen-Zielen auf dem Silber-Innen in Silber-Innen. In Silber-Innen